Make sure you're looking pretty girl for the camera Got your littles manicured in your hair, cut-cute So, wie ist denn die Rollenverteilung was denn jetzt alles? Ja, ich hab sie trotzdem nicht Alter, Daniels, du musst dir deine Hand oben links noch auswählen Drück mal F1 F1 Ja Ja Ja, jetzt kannst du sie nehmen Längen und lange halten Nein, länger halten Nicht nur eine Ey, ich hab sie nur Nein, alle vier haben eine Ich bin die oberste Mach nochmal zurück, leg mal das Buch ab Okay, warte Jetzt gedrückt halten So, jetzt gedrückt halten Ganz lange Ja, jetzt Ja, jetzt kannst du sie zu dir ziehen Alles klar, ja, ich sehe es Aber es liegt echt Wer hat nur eine Wahlkarte? Wer fehlt eine Jagdkarte? Okay, ich nehm sie erstmal... Da ist noch eine Nein-Karte Wie viele Karten hat die da von euch auf der Hand? Ja, ja Hast du jetzt vier Karten? Und Arnie, jetzt hör mal auf Und Arnie, du hältst jetzt gefälligst deine Karte Ja, eine, zwei Ja Wie zwei? Nur zwei, wieso hab ich zwei? Du kannst die auch noch auseinander ziehen, oder nicht? Nein Nein Was? Doch, und denk ich mal schon Sind das grüne Karten bei dir, oder ne goldene? Mach doch einfach mal sein Feld einer weg Hä, mit mir ist sowieso eine Schafheit Ey, mit mir kannst du das Spiel vergessen, Lobi Und dir fehlen die ja und nein Karten Ja, dir fehlen die ja und nein Karten Das können sein Jetzt mach dir dein Feld da wieder hin Äh, ohne Ähm Alter Dein Feld, Junge, nicht mal Ja Ich Sechs Stunden später Aber du die Faschisten, also Arnie Das mit ihr Egal, lass jetzt einfach so Naja, ich hab halt ein anderes Feld als ihr, ja So, jetzt drückst du wieder F1, Nils Gucken wir jetzt gleich weg Hab ich Seine Secret-Roll-Karte ist nicht da von Nils Ey, die ist doch da ziemlich verarscht Ja, du hast doch ein großes Feld gemalt, dass das Feld hast du noch überdeckt, du Mongo Oh, leu Na gut, das wusste ich nicht Dann mach doch mal ein neues Feld Oh, da ist sie doch beruhig bleiben Nils, du weißt jetzt, welche Rolle du hast, also auswendig Nein Oh Guck auf deine Party-Karte, merk dir, ob der Liberal oder Faschist steht, du sagst es uns aber nicht, ja? Ja, das ist mir klar Okay, weißt du jetzt Aber nicht hier gucken, jetzt ist es wie das in dein Feld Ja, Mann Moment, du hast doch auch, du hast doch auch, Mann Das ist viel zu anstrengend, das zu erklären, ne? Ey, pass auf, Ruhe jetzt Wie wird der Warn eigentlich gut Tom Weil er weiß es und anfängt Der Juhl Ach ne, doch Nein, Julia Ja, ja, sorry, ja, passiert Ach ne, ich meine der war aus Nein, Till Ja, okay, Till Ja, ich bin fünf Ja, ja, genau, Till Ach, schade So Okay, Till, du bist präsident Ne, präsident bin ich ja, warte ich mich selber Keiner gibt's mehr So Keiner gibt's mir So Möchte irgendwer kannst du da sein? Möchte irgendwer kannst du da sein? Nein, du musst selber Kannst du da wählen Ja, aber mag ich keiner fragen Ich will kannst du da sein! Ich will kannst du da sein! Alter, ich geb das nie was Hier Nils, das ist für dich Boah Dankeschön So So Dann will ich mal voten Für meinen Boy Ich wollt grad sagen Arne fängt mit A an Das ist wie Adolf Aber ich fang ja auch mit A So, jetzt voten Und ich fang mit N an Das steht für Nicht-Hitler A steht für auch Nicht-Hitler Alter Mole Arne Also ich finde es so, dass ich übel Alter, es leckt ein bisschen Nils, du musst voten Nils, du musst voten Bist du damit einverstanden, dass Nils Schare zum Kanzler gewählt wird? Wähle verdeckt deine Ja- oder Nein-Karte Achso Ja, warte, warte, warte Und nimm bitte den Sch- Drück F1 Ja, ich wollt grad nen Penis bei dir malen Alter, ey Ich glaub wir werden in 5 Stunden nicht fertig sein Das geben wir heute schon wieder Also in 5 Stunden wird dann mal die erste Politik-Karte gelegt Alter, um 11 geh ich heute auf, ich wollt's mal sagen Entschüss doch mal Ja, ich wollt eigentlich um 8 Stunden wieder zu Hause sein, ey Soll ich mal umdrehen? Ja, legen wir an Haben alle gegen? No F Alter Nils Arne auch Arne Nils Nils Mach mal an Ja, du bist es aber Die zwei merke ich mir vor Die werden jetzt auch Fressen kriegen in meiner Regentschaft Alter Ja, go go, ne? Dann gib mir mal meine Erstmal nehm ich mir die selber Also Nils, du weißt wie es geht, ne? Du hast ein paar Folgen von P2 geguckt, oder? Du meinst jetzt das Hartmann, ne? Ja, natürlich, der andere weiß ich, dass er das weiß Ja, ich frag ja nur zu Verständnis Weißt du, wenn man zwei Nils hat, ist das immer so ne Sache Ja, dann gib mir mal bitte ein neues Feld Wieso hast du das Feld denn jetzt schon wieder weggemacht? Weiß ich hab... Nils, mach mal ein neues Feld Ja, ey, das ist einfach weggegangen Ja, hat Arne weggemacht Ja, siehste du Spasti Jetzt mach doch mal ein anderes Feld Jetzt mach doch mal ein anderes Feld Ja, das ist zwar wieder schief, aber machst du nicht Alter Alter Jetzt mach doch mal bitte mit Rechtsklick Drück mal Rechtsklick gedrückt Und drehe deine Kamera, dass sie gerade ist, dein Tisch Die ist gerade Gerade zum unteren Bildschirmrand Ja, ist er doch Ja, jetzt mach dein scheiß Feld, dann wird's auch gerade Ja, so geht das von mir aus, ey Jetzt drück wieder F1, da hast du schon Ja, hab ich schon Ich bin gut, ne? Jetzt kommt hier die Politik, ey Schmeißt der gerade weg, oder legt der? Der legt Der legt Oh, oh Oh, Nils Ich habe zwei rote Ich habe zwei, was machen wir mal Und ich habe drei Faschisten kartzogen Alles klar, deine Mutter Also, aber Till, du kannst bestätigen, ich habe zwei rote bekommen Das ist nicht meine Ja, ja, Nils hat zwei Faschisten Ja, Nils ist ein Faschist, kann er bestätigen Kann sein, dass man vorher noch hetschen müssen, oder so? Was? Hetzen? Hätte mischen müssen Achso Ne, das ist egal Kann sein, dass man die Dinger nicht aufheben kann Welche Dinger? Okay, dann gib den Dann gib den Dann gib den Präsident, go ein weiter Wieso kann ich das nicht? Ich glaube, das kann keiner nehmen außer dir, Arne Echt? Ja, dann mache ich das Ja, dann musst du das immer machen, okay Und Julian darf jetzt den Kanzler wählen Hm Gefühlt leckt halt Gefühlt leckt halt Gefühlt leckt halt jeder rum außer mit einer Arne Ach ne, komm einfach mal Ne Ja, 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 ja Nils muss wieder abstimmen Jetzt wieder abstimmen Äh, ja komm her Ja Wie du kann ich dich verteichnen Nils, du musst sie vorher umdrehen Äh, ist doch egal, er kann doch wissen, dass ich dein Wähler bin Egal Damit man aber nicht die Meinung nochmal umkehren kann Oder sich andere sehen ja jetzt deine Karte, die noch nicht gelegt haben Tilly Ja, ich bleib bei meiner Meinung Alles klar Und aufdecken in 3, 2, 1, los Oh Ich will das auch mal legen, ne? Nils, schon wieder nein gedrückt, ne? Jawoll Ich hab's vorerst mal nein gedrückt, davor wurde ich gewählt Bei Arne hat er mir auch nein gedrückt, deswegen darf ich Rebund nehmen Ja, ja, ok Ravundi Mann, ist doch mal legen, ne? Davon mal abgesehen haben Jonas und Carol auch nein gedrückt, also Nils, vorhin hat das noch mehr rumgedrückt Alter Arne, ich kann grad in dein Nachbarhaus gucken Da läuft grad einer die Treppe runter Ey, ich glaub der hat keine Hose an Ja, das geht mal rüber, Alter Ja, aber wir hätten das Pferd hier umgeschmissen Ja, du bestimmt The fuck Zack Mann, jetzt ist der Faschisten Kanzler am Werk, Alter Ich glaub auch, äh A für Adolf, Alter Und R für rechts Genau Und N für Nationalsozialist Genau, N wie Nazi und E wie Und E für Eierkopp 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 Alter, Pfanne Wo versteht E? Eierkopp Neee E für Eierkopp 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 Achso, achso, sorry. Für Bücher, man. Das ist ein guter, das ist ein guter. Das ist ein guter, das ist ein guter. Hallo Arne, nimm deine Hand von mir weg. Was für Moriden? Moriden. Oh, zu spät. Ja, jetzt kommt's. Arne, wieso willst du eigentlich überall? Willst du mich verarschen? Ich vertraue dir nicht. Jonas wurde gewählt. Junge, Junge! Nein, Wähler heißt das doch nicht, dass ich verschenke. Der nicht so, Alter. Ja, aber trotzdem, Alter. Ja, und? Doch. Es ist halt wie der Jay, der wird dann wieder zu Unrecht. Ja, Alter. Hallo, mach doch mal. Loll, dein Feld ist weg Arne. Ja, genau. Aber Mikkel war ja immer wirklich der, ne, warte mal, hä? Der erste Feld ist immer noch weg. Der hab ich mir gestern annäglich angeguckt. Ja. Geht, go, go. Er ist ein Faschist, wenn er liberal ist und liberal, wenn er Faschist ist. Ja. Ganz einfach. Ich hasse dich. Arne, wieso kann ich nichts mehr schreiben? Arne, auch so. Warum? Was, wo schreiben? Ja, mein Name. Der steht doch da. Der steht doch, Till. Ja, aber wenn ich dann auch was verändern will. Nee, ist nicht. Kannst du dich auch hinlegen, Jonas. Ich will die drehen, aber es leckt. Ui. Warte mal, wer hat Nils und Jonas? Okay. Ich hab ihm zwei blau gegeben und eine rote abgelegt. Okay, das macht Jonas aber nicht safe. Nein, nicht da hin, da hin. Nee, nee, aber mich. Ja, ja, ich mein aber Jonas nicht zum Beispiel. Ja, ich hab halt überlegt, ob ich ihm die Wahl lasse, dann stehst du da wie Julian. So, hm. Ich hab ne blaue abgeschwissen. Dann kannst du aber auch gelogen haben, wenn du ihm die Wahl gelassen hättest. Nein, nee, ich glaub nicht, kein Stück. Du bist ja drei theoretisch noch vier, äh, nee, zwei blau. Nein, Nils geht eigentlich momentan. Also, ich hab eine rote jetzt abgelegt und Julian. So, Präsident weitergeben? Jonas? Jonas, du willst doch mich wählen, ne? Arne, du musst das Ding hier mal weitergeben. Hab ich doch. Komm, Jonas. Nein, das liegt bei dir. Komm, Jonas. Komm, ich crawl dir die Eier. Hast du jetzt Nils als Kanzler gewählt werden? Ich kann nicht zum Kanzler gewählt werden. Und du kannst, doch, Präsident kannst du sein, aber ich kann nicht zum Kanzler gewählt werden. Ey, das sind so Faschisten hier rechts neben mir. Ich bin dafür verantwortlich, dass ne blaue Karte liegt. Willst du mich verarschen? Das stimmt allerdings. Wieso habt ihr alle Farben? Das heißt aber nicht. Vielleicht hat Nils ja auch drei blaue bekommen. Wie, würde man nicht haben? Jonas! Was denn? Du musst den Scheiß... Ne, warte mal. Hab ich doch. Achso, hab ich gar nicht gesehen. LOL, das hat bei mir Folge. Ah, okay. Sorry, I don't. Julian ist bei mir noch so zwiegespalten, weil er ne blaue abgelegt hat. Ja, und von Nils... Von Till, Carolina, Nils Hartmann und mir weiß man aber noch gar nix. Und von Arne auch nicht. Achso. Du bist ja auch hässlich. Ja klar, ich hab nur ne blaue. Nils hat so kein Plan. Ey Arne, dein Herz sieht aus wie das von Edeka, Alter. Stimmt. Drei. 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 Oh fuck, ich hab noch gar nix gemacht. Nils hat noch keine, Carol hat noch keine und Alex hat noch keine. Junge, wir warten seit fünf Minuten auf Design-Karte. Hast du ihn? Okay, jetzt komm. Nein. Boah, Arne, Alter. Arne, du fackst mich Arne. Aber Carol und Nils auch. Aber nur weil ich nein wähle, heißt es nicht, dass ich Faschist bin. Aber hässlich. Arne, du... Sag doch voll keinen Grund. Wenn jetzt noch... Ja, aber sag mir den Grund warum du nein wählst. Weil ich... Weil ich... Du hast gesagt Jonas und Nils sind die Faschisten. Jetzt auf einmal Julian oder was? Das kapier ich nicht. Wieso Julian? Herr Julian hat doch... Wir haben die Julian doch grad gewählt. Alter Arne ist so voll verwirrt, ne? Julian wurde gewählt. Jonas, du kannst seine Karten ziehen. Ich dachte Nils wurde gewählt, sorry. Von hinten, ne? Ich bin dafür verantwortlich, dass er eine blaue Karte ist. Ja, ich auch. Alter, ist das lustig. Die rote geht auf Steals. Nein, das geht auf Schicke. Ja, lass doch mal das scheiß Pferd da stehen, Alter. Ich fand das lustig. Alter. Eigentlich will ich gar nicht Hansler sein. Doch, Hansler ist cool. Nein, ich muss jetzt bestimmt eine rote legen. Wahrscheinlich, dass da jetzt noch eine blaue dabei ist, ist sehr gering. Gering, sagt er auch. Du hast eine blaue... Okay, stimmt, stimmt. Es sind nur noch zwei blaue im Stapel. Wie viele blaue sind denn am Anfang im Stapel? Vier, ne fünf. Sechs. Sechs. Ja, ihr könnt ja auch gelogen haben mit dem weggeworfen und alles. Ja. Also ich hab ne rote weggeworfen, safe. Aber Julian sagt ja sogar, dass er ne blaue weggeworfen hat. Also... Ja, ihr könnt ja alles sagen. Wir nehmen an, dass noch zwei blaue sind. Ja, warum sollte ich damit lügen? Ja, warum sollte ich mal lügen, wenn man sagt, ich schmeiß ne blaue weg? Jetzt leg dich da hin, Digga! Schlecht für mich. Ja gut, das stimmt dann jetzt. Ja.